Erst renne ich monatelang gegen eine Mauer und dann lern ich endlich jemanden kennen, der sich mir gegenüber öffnet und was mache ich? Mist. So schlimm? Naja, ich habe einfach Angst davor, mich wegzuwerfen. Niemand wirft sich weg, wenn er den anderen liebt. Im Moment mache ich alles falsch. Kennst du das? Oh ja. Ziemlich genau. Gehst du heute Abend zu Oskar? Nö, ich habe Dienst. Willst du tauschen? Würdest du denn? Kein Problem. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Könnte sein. Abgemacht. Ich habe schon genug verpasst in den letzten Monaten. Da muss es nicht auch noch Oskars Party sein. Gracias mi amor. De nada. Teichhle. De nada. Er hat zum Geist. Um Feliz zu beenden.